Hörtheater.de präsentiert Guten Tag, ich bin Walter B. Jehova. Dafür gibt es keine Entschuldigung, ich heiße wirklich so. Und ich bin Zeit meines Lebens Solipsist gewesen. Falls Ihnen das Wort zufällig gerade nicht geläufig ist, ein Solipsist ist jemand, der glaubt, dass er das Einzige ist, was es wirklich gibt. Dass andere Leute und das Weltall im Allgemeinen nur in seiner Einbildung existieren. Und das hört er auf, sie sich vorzustellen, sie auch aufhören würden zu existieren. Solipsismus ist eine gesteigerte Form des Narzissmus, in der das subjektive Ich mit seinem Bewusstseinsinhalt für das Einzige Seiende gehalten wird. Nach Hans W. Leid müssen Vertreter des radikalen Solipsismus von der Gesellschaft ferngehalten werden. Meist ist eine psychiatrische Behandlung dringend angezeigt. In einzelnen Fällen ist eine Behandlung mittels Elektroschocks und nachfolgender medikamentöser Einstellung erforderlich. In jedem Falle sollte der Patient fixiert und gegebenenfalls nach Beurteilung des behandelnden Arztes unter Obhut eines gesetzlichen Vormundes gestellt werden. In gewisser Weise kann man auch von einem gemäßigten Solipsismus sprechen, der ein überindividuelles Ich überhaupt als Träger der Bewusstseinsinhalte annimmt. In diesem Falle sind gezielte psychoanalytische Therapieformen anzuraten, mithilfe derer der Patient zu einer gesellschaftlich akzeptierten Form der Wahrnehmung seiner Umwelt zurückfindet. Eines Tages wurde ich praktizierender Solipsist. Innerhalb einer Woche legte ein Hacker meinen Computer lahm, wurde mein Auto aufgebrochen, plünderte meine Frau unser gemeinsames Bankkonto und verschwand. Außerdem verlor ich meinen Job bei einer sehr angesehenen Speditionsfirma und bei dem Versuch, eine schwarze Katze zu verscheuchen, auf das sie mir nicht über den Weg laufe, brach ich mir den Fuß. Daneben spricht Jesus Descartes auch von einem methodischen Solipsismus, mittels dessen es dem Betroffenen möglich ist, zur außer dem Ich bestehenden Wirklichkeit vorzustoßen. Ich lag also im Krankenhaus und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Plötzlich kommt so eine verhutzelte alte Schachtel herein. Na Herr Jehova, wie geht's uns denn heute? Da beschloss ich, allen ein Ende zu setzen. Zunächst wünschte ich mir alle anderen Menschen aus dem Zaza. Herrlich diese Ruhe. Dann wünschte ich mir alle Tiere aus der Welt. Wie ich so aus dem Fenster sah und sie den Sternen emporstarrte, wünschte ich auch sie mir aus dem Dasein hinaus. Und sie waren nicht mehr da. Als nächstes kam die Welt an die Reihe. Und ich war ganz für mich. Wunderbar. Ich entledigte mich meines Körpers auf die gleiche, leichte Art und unternahm dann den letzten Schritt. Nämlich mich selbst aus dem Dasein hinaus zu wollen. Nichts geschah. Ich war immer noch da. Sonderbar, dachte ich. Kann es eine Grenze des Solipsismus geben? Ja. Wer bist du? Ich bin der, der das Universum schuf, das du gerade aus dem Dasein hinausgewollt hast. Und nun, da du meine Stelle eingenommen hast, kann ich endlich meine eigene Existenz aufgeben, der Vergessenheit anheimfallen und dich das Ganze übernehmen lassen. Aber wie kann ich aufhören zu sein? Das versuche ich nämlich zu erreichen, weißt du? Ja, ich weiß. Du musst das so machen wie ich. Ein All schaffen. Warten, bis jemand darin wirklich glaubt, was du geglaubt hast. Und es dann aus dem Dasein will. Dann kannst du dich zurückziehen und ihn das Ganze übernehmen lassen. Und jetzt leb wohl. Hallo? Hallo? Hilfe! Nichts. Also machte ich, wie mir die Stimme empfohlen hatte. Ich schuf Himmel und Erde. Ich brauchte sieben Tage. Dann bin ich meiner Meinung nach. Sie merkez. Ich mache es. Ich mache es. Ich mag, wie ich. Ich mag meine besteheizende. Ich mache es. Untertitelung des ZDF, 2020